fliegen nein doch man aber ich habe doch gerade ein part gestartet ich will action ok also es war herzlich willkommen zu einem neuen part vor auf gta 5 auf dem gameplay stone kanal dabei ist der gute marv die gute dominik die gute dominik und die gute kataka mit romann wir sind gerade in marv's truck und er sieht mich gerade in der eco perspektive shooter perspektive kann ich raus ich bin doch schon dabei meiner braucht halt so lang der art mit erstmal denkt sich nach geiler job so viele arme familien was trinkst du da schon wieder du alki jetzt kifft er hier noch jetzt müsste ich hier so einen fetten werbung einfügen nicht nachmachen zu hause er hat mich eingeladen was hast du vor mit uns ich werde versklavt gucken wir mal dummies bude an hier möchtest du mit mir in den keller gehen kataka da ist sogar ein bett können wir uns da reinlegen nein das geht nicht dann müssen wir halt in die dann gehen wir halt baden oder duschen ja dominik möchtest du uns was sagen frauenschuhe hast du so einen fetisch siehst du keine frauenklamotten an ok dominik möchte darüber nicht reden über seinen fetisch dass der gerne frauenschuhe anzieht bei mir lädt es noch was für ein wappen wer was für eine waffe habt ihr genommen was gefängnisausbruch oh ich bin bei dominik drin servus hey good work people great job nice we're still in business very well done all of you very 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 der maf mit seiner usa host ist einfach so geil ja haha maybe now is not the best time to do that we can do that we can do that haha what is wrong with me you know i'm usually such a high achiever poor criminals so before we remove professor rashkovsky from his unwelcome stay in prison we've got to we've got to clean up a few other loose ends pertaining to the case yes it's a killing but no it's nothing immoral at all just lawyers meiner sieht durchaus wie ich ihn echt i mean i would say you can't kill a couple lawyers if been the law cedar will then who can you kill here they are Gavin Bandeleuth and Josh Sherman get them on the way to city hall get the documents they carry trompt 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 Brüderliebe. Was muss ich denn jetzt anklicken? Ne, ne, bitte. Was ist jetzt? Ich darf mit Kartocke arbeiten, geil. Ach Kartocke, mach deinen Anzug weg. Wir machen Gangster mäßig hier. Schon besser. Ne, warum haben wir alle im Anzug, außer wir beide? Was müssen wir denn jetzt machen? Kartocke, du fährst, oder? Nerf heute. Kartocke, kannst du mal bitte noch beim TM halten? Ich muss mir noch Windeln kaufen. Ich mach mir grad in die Hose. Ich mach mir in die Hose! Ich brauch Babypuder. Popopuder. Wo ist das denn? Was müssen wir jetzt hier machen? Die müssen wir jetzt abballern, oder was? Okay. Das machen wir, oder? Ganz schnell mit dem Scharfschützengewehr, oder? Okay. Wo sind die denn? Ich sehe keinen. Der nächste ist tot. So, ich... weiter... Okay, mach ich. Ich werde... mein Leben snipern. Ich werde dich retten. ... Sag mir, wenn ich mit reinkomme, so. Warte, ich komme mit rein. Ja, das ist voll langweilig da. Da kommt ja keiner. Ich komme. Ich komme. Oh, bei mir ist schon einer. Stirb, du Spast! Mann! Ja! Ah! 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 wow super kann man kann schuld so no no 15.200 nur. Sollen wir gleich rein stürmen? Kann man das irgendwie vorspulen? Das ist der Leerbauf. Herzlichen Glückwunsch. Ich fühle freier Weißen an. So do it slow, do it quiet, do it right. And if you don't put him down quick when he starts running. You fucking idiot. Your target's running, forget the guards and take him down. Ich folge dir unauffällig. Der muss doch da oben sein, oder? Was hast denn du da für einen kranken Weg gewählt? Ich schütze. Ich schütze. Die Mannschaft die Mannschaft. Ich schütze. Ich schütze. müssen wir da hoch ja aber noch eins hoch von wem wurde ich jetzt ausgelöscht du warst auch plötzlich tot gell katzocker das müssen wir mit snipern machen wahrscheinlich weil sonst rennt da weg denke ich oder so einer hätte uns noch gefährlich wir waren eigentlich ganz gut dabei weg die sniper einfach jetzt gerade schnell ist ach man jetzt müssen wir den scheiß nochmal angucken darfst du nochmal hin oder was katzocker ok sniper schon mal hier alles was wegkriegt hier müsste jetzt alles bei mir müsste alles clean sein jetzt ich gehe mal weiter nach rechts kathol hier 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 langer tocker okay ach wir machen das jetzt so lange bis wir das jetzt schaffen leute mehr motivation er kann das ich kann das doch ach die leute feiern das bestimmt so lange part wir sind gut den habe ich weg einer fehlt hier glaube ich noch einer war hier okay ich gehe weiter zwei habe ich jetzt habibi sind noch welche der tocker geht jetzt rein oder was ich bin kein normaler mens Ich hab dich. Ach, der eine fährt da. Ich glaube, den müssen wir verfolgen, Kartucke. Scheiße, ich brauche ein Auto. Ich verfolge den mal. Scheiße. Scheiße. Der Pop ist da entkommen. Herz libt gerade aus mir, Es ist kein Paranoid. Es wurde vorbereitet. Vielleicht ist das so, dass ich nicht der Arzt in der Kirche bin. Ja, ok. Wo bist du jetzt, Kartoffer? Der flüchtet glaube ich schon. Ah, ich habe ihn. Schappen, er läd dich grad. Wir müssen das Gebiet jetzt wieder verlassen. Ich gehe zum Auto hin. Kommst du, Kartoffer? Ich gehe zum Auto hin. Ich gehe zum Auto hin. Oho! Sollen wir es jetzt noch einmal versuchen? Also ich sollte es dann noch mal gerade wie jetzt machen. Okay, ja okay, dann gehe ich gleich dahin, wo er rausgeht. Oh man, dieses scheiß Video da, das regt mich auf. Okay, ich gehe gleich nach da hinten. Ich fange ihn ab. Ich bin nur ein normaler Kerl mit einer Waffe. Keine Angst. Oh man, danke fürs Anfahren, du Elftab. Flüchtet der Typ wieder? Aber Ziel kriegst du ihn auch nicht, oder? Ja, ich sehe ihn. Ah, du Depp, was springst du jetzt so blöd runter? Mann, ich will da einfach hoch, warum kann der nicht da drüber klettern? Scheiße. Der ist weg. Der ist gerade am abhauen. Ich folge ihn jetzt. Oh man, da ist er über diese Scheiße. Alter, wie schnell ist denn der? Ist er jetzt dieses Mal im Auto weg, oder was? Oh man, du bist gerade gestorben? Neue Runde, neues Glück. Keine Ahnung. Ich schieße jetzt erst mal die da vorne wieder mal ab. Das ist nicht Paranoide. Es ist bereit, das ist. Vielleicht ist das, warum ich nicht der Arschluss in der Jäule bin. Ah? Ja, okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für heute. Ist der Typ noch auf dem Balkon? Der läuft da, gell? Der läuft da gerade in meine Richtung. Ah, ich hab ihn. Ich hab ihn. Sehr gut. Ich dachte gerade, dass dein Auto blau ist. Ich wollte gerade sagen, wann ist dein Auto blau? Ich werde Farbe blind. Da sehen wir, ein Kartocker. Und er läuft in die letzte Ziellinie. Werd er schaffen, wieder der neue Meister. Ja. Und Kartocker nimmt wieder den krassesten Weg. Alter. Kartocker, wir müssen das überleben. Wir müssen jetzt warten, gell? Und wieder auf die anderen zwei. Das wird ein Überlängen-Part. Ja, das ist bei uns auch gerade. Kartocker, ganz gechillt. Da, 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 da. Als hätte er nichts gemacht gerade, gell? Kein Umgebrachten, nee. Ja, warum komme ich jetzt nicht da rein? Hallo? Hartocker ist auch schon da drin. Kartocker, komm wieder raus. Ich komme nicht dran. Ich will weiter. Ja, wir sind da ganz gechillt hochgelaufen. Hey, wir haben eine Mission. Ganz ruhig. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ich bin Streitschlichter. Ach, wie schön. Wir haben es geschafft. Ich habe Silber. So, meine lieben Freunde, wir haben es geschafft, die Mission. Und wenn euch der Part gefallen hat, dann lasst doch gerne eine Bewertung da. Schaut beim Marv seinen Kanal vorbei. Schaut beim Dominik seinen Kanal vorbei. Ich werde die beiden Kanäle in die Beschreibung reinhauen und ja. Dann sehen wir uns beim nächsten Part bei GTA 5. Tschüss.